Wir sind hier an der Lübecker Straße und von rechts kommen die Radfahrer von Barkhausen am Hotel Bad Minden vorbei. Hier haben wir das Problem, dass die Radfahrer sich gegenseitig nicht sehen. Trotzdem müssen die, die von der Lübecker Straße kommen, den von rechts kommenden Fahrradfahrern Vorrang gewähren. Und wenn man sich nicht sieht, kann man viel zu leicht zusammenstoßen. Es hat ja schon beinahe Zusammenstöße gegeben und da würden wir uns wünschen, dass man die Sichtbeziehungen verbessert. Das will heißen, dass man das Grün an der Ecke etwas zurückschneidet, damit sich die Radfahrer gegenseitig sehen können. Vielleicht auch noch eine Markierung, eine Warnmarkierung auf die Fahrbahn aufbringen, um das Ganze zu entschärfen.